Oh, fuck! Schnitt! Achtung! Achtung! Au, au! Achtung! Also! Fuck! Größeres gibt es gleiches Bonus-Material! Hey, es ist fast hier wieder, gell? Achtung! Nur ein Adenböck! Du kennst ihn! Seit Jahren ist er auf dem Schwelle-Mettel gestanden und hat den Aaren zugeschaut. Viel Wasser ist die Aaren abgeflossen. Seid ihr? Und er hat sich gefragt, woher? Und hat uns dann um Hilfe gebeten. Wir sollen ihm doch eine Reise ermöglichen mit unserer Legende, der Itoumé. Jetzt ist es so, dass Itoumé mittlerweile die Aare kam und die Restel hat. Aber der Aaren-Club ist bereit, 800 Stunden zu investieren für die Itoumé zu restaurieren und dem Bär die Reise ermöglichen. Wir brauchen aber noch 10'000 Franken für das Material. Und jetzt kommst du in das Spiel. Mit dieser Spende hilfst du dem Aaren-Club sein Traditionsboot wieder in Stand setzen und dem Bär, dem Böck, die Reise ermöglichen. Jack's the Böck! Jack's the Böck! Jack's the Böck die Weg bewegen!